Johnny Versace lag vor seinem Haus. Sein Kopf war weggeschossen. Vom Modezaren bis zum Friedhofswärter. Andrew Cunanan mordete quer durch die Gesellschaft. Er ist bewaffnet und gefährlich. Und quer durch die USA. Alle sind in Gefahr. Helfen Sie uns, diesen Kerl einzusperren. Dieser Killer war ein Meister der Verwandlung. Seinen spektakulärsten Mord verübte er, als das FBI ihm längst auf den Fersen war und ihn doch nicht zu fassen vermochte. Sommer 1997 in South Beach, Miami. Einst ziemlich heruntergekommen, ist der Strandort seit einigen Jahren wieder das Urlaubsziel der Amerikaner. Der aufgefischte Glanz der Art Deco-Villen und Hotels lockt die Jungen, Reichen und Schönen in Scharen an. Einer der prominentesten Neueinwohner von South Beach ist der momenterfolgreichste Modedesigner der Welt, Johnny Versace. Everything can inspire me. I think I'm so curious and life is so beautiful. Das Schicksal, so scheint es zu diesem Zeitpunkt, hat es in der Tat gut gemeint mit Versace. Er ist auf der Höhe seines Erfolges. Die Creme der Gesellschaft von der Prinzessin bis zum Popstar reißt sich um seine Kollektionen. Seine Kleider zu tragen ist eine Ehre, selbst für Supermodels. Johnny Versace liebt die Frauen. Er lässt sie schön, glamourös und vor allem sexy aussehen. Legendär sind auch seine mit Weltstars gespickten Partys. In South Beach lebt er mit seinem Lebensgefährten Antonio D'Amico in der luxuriösen Villa Casa Casuarina an der Ocean Avenue. Nach anstrengenden Wochen in Europa freut sich Versace auf einen ganz entspannten Sommer in Florida. Doch den wird er nicht mehr erleben. Denn seit seiner Ankunft belauert ihn ein Mann, der sich seit mehr als zwei Monaten auf einem mörderischen Amoklauf befindet. Ein Amokläufer ist grundsätzlich ein verzweifelter Mensch, der aus seiner Lage keinen Ausweg mehr sieht. Er mordet immer weiter und bleibt dabei ständig in Bewegung. Johnny Versace hat am Morgen jenes 15. Juli nicht die geringste Ahnung, was ihm bevorsteht. Wie gewohnt ist er früh auf und verlässt das Haus. Er trägt seine Standardfarben grau und schwarz. Sein Morgenspaziergang führt ihn wie immer zum News Café. Dort kauft er Zeitungen und Zeitschriften und kehrt nach Hause zurück. An der Tür erwartet ihn bereits sein Mörder. Er nähert sich von hinten und schießt Versace aus nächster Nähe in den Kopf. Versace sinkt auf der Treppe in sich zusammen. Er ist sofort tot. Ich sah Gianni Versace vor seinem Haus liegen. Sein Gesicht war weggeschossen. Während sich vor dem Haus die Schaulustigen versammeln, nimmt die Polizei von Miami Beach die Jagd nach dem Täter auf. Am nächsten Tag war unser Büro schon eine Kommandozentrale, in der es von FBI-Agenten, Staatspolizisten und Ermittlern des Bezirks Metro Dade wimmelte. Um 9.21 Uhr wird Gianni Versace für tot erklärt. Reporter und Fernsehteams aus aller Welt belagern nun den Tatort. Und die Spaßmetropole Miami Beach verwandelt sich in eine Stadt, die einen Mörder sucht. Wenn man bedenkt, das berühmteste Haus in der berühmtesten Straße des berühmtesten Ferienorts der Welt. Das wirkt schon nach. Aufgrund der Prominenz des Opfers eilen umgehend höchste Justiz- und FBI-Beamte an den Ort des Geschehens. Doch auch für die Elite der Verbrechensbekämpfer Floridas liegt der Fall zunächst alles andere als klar. Die erste Vermutung geht in Richtung Auftragsmord. Der Grund? Neben Versaces Leiche wird eine tote Taube gefunden, ein klassisches Mafia-Symbol. Links und rechts neben dem Vogel liegen die zwei Patronenhülsen, Kaliber 40. Später werden die Ballistiker sich dieses Arrangement auf andere Weise erklären. Bei der Waffe handelte es sich um eine halbautomatische Pistole Kaliber 40. Sie feuert relativ große Kugeln, groß genug, um einen Körper zu durchschlagen und in ein anderes Objekt einzudringen. Die tote Taube neben Versaces Leiche war wohl so ein Fall. Aber so wie sie da lag, konnte die Polizei sie fälschlicherweise als Zeichen für einen Mafia-Anschlag deuten. Solche Fälle sind für die Ermittler extrem schwierig. Man braucht unbedingt genügend Leute vor Ort. In und um Miami tummelten sich enorm viele Polizisten, die sich umhörten und Informationen weitergaben. Aber die große Zahl allein bringt den Erfolg auch nicht. Es gibt noch eine weitere Spur. Ein Augenzeuge hat den flüchtigen Mörder nach der Tat zu einer nahegelegenen Tiefgarage laufen sehen. Dort findet die Polizei einen roten Pick-up aus einem anderen Staat. Daneben liegt ein weggeworfenes Kleiderbündel. Offenbar war er zu dem Wagen gerannt und hatte dort die Kleidung gewechselt. Wir nehmen an, dass ihn dann ein Unfall aufgeschreckt hat, der sich exakt zu der Zeit an der 13. Straße ereignete. Die Sirenen ließen ihn glauben, die Polizei sei ihm bereits auf den Fersen. Weshalb er die Flucht zu Fuß fortsetzte. Die Nummernschilder des Pick-ups stammen aus South Carolina, doch es wird schnell klar, dass sie nicht zu diesem Auto gehören. Die Ermittler überprüfen die Fahrgestellnummer. Es stellt sich heraus, dass der rote Chevy kürzlich in New Jersey von einem gewissen Andrew Cunanan gestohlen und sein Besitzer William Reese ermordet worden ist. Das ändert alles. Plötzlich hat der unbekannte Killer einen Namen, ein Gesicht und eine blutige Vorgeschichte. Die Fahndung beginnt. Die Polizei von Miami Beach und das FBI suchen gegenwärtig nach Andrew Philip Cunanan. Cunanan ist 27 Jahre alt, weiß und ungefähr 1,76 Meter groß. Er hat braune Haare und braune Augen. Cunanan lebt von Prostitution. Seine Kunden sind vor allem wohlhabende Männer. Er gehört momentan zu den zehn meistgesuchten Verbrechern des FBI. Cunanan wird verdächtigt, in den letzten drei Monaten neben Versace vier weitere Männer ermordet zu haben. Bis zum Mord an Versace lief die Fahndung nach Cunanan noch nicht auf Hochtouren. Die Polizei stand zuvor eben einfach noch nicht unter dem entsprechenden öffentlichen Druck, möglichst schnell zu handeln. Erst mit dem Versace-Mord entstand die Dringlichkeit, die das FBI und die Polizei der Sache wohl von Anfang an hätten beimessen sollen. Doch selbst die geballte Macht der Ermittler hat es überaus schwer, Cunanan zu fassen. Es gibt ja immer noch dieses Klischeebild von Serienmördern als den Wahnsinnigen mit dem starren Blick, so wie in den Horrorfilmen. So sind sie aber in Wirklichkeit gar nicht, sondern im Gegenteil meist geradezu verblüffend unauffällig. Deshalb war Cunanan so schwer aufzuspüren. Je länger die Suche dauert, desto mehr wächst der Druck auf die Behörden. Versaces Umfeld ist immer noch fassungslos. Er war so ein wunderbarer Mann, so liebevoll. Sein ganzes Team war toll. Seine Schwester Donatella ist großartig. Man fühlt sich einfach wohl. Wie hatte Cunanan überhaupt so unbehelligt von New Jersey nach Florida gelangen können? Auch diese Frage wird immer drängender gestellt. Wir hatten gewusst, dass er aus South Carolina in diese Richtung unterwegs war. Aber Florida ist ein großer Staat. Wir konnten doch nicht wissen, dass sein Ziel Miami ist. Dafür gab es keine Anzeichen. Er hat ja keine Pressemeldung herausgegeben. Hallo, ich fahre nach Miami. Wenn er das getan hätte, wäre die Polizei in der Gegend sicher auf dem Posten gewesen. Natürlich wäre es im Nachhinein schön, wir hätten gewusst, dass er dorthin kommt und wir hätten die örtlichen Behörden verständigen können. Aber leider gibt es eben das Nachhinein noch nicht, während das Verbrechen stattfindet. Es ist eine der schwierigsten Aufgaben eines Ermittlers, einen reißenden Amokläufer zu fassen. Denn er bleibt ständig in Bewegung über Staatsgrenzen hinweg. Und die Hetzjagd der Polizei erschwert es oft sogar noch, den Zeitpunkt des nächsten Verbrechens vorherzusagen. Bei der Polizei geht eine Flut von Hinweisen ein. Wir verfolgten 14, 15 Stunden pro Tag Spuren. Und davon gab es Hunderte, wie das zurückgelassene Auto. Vielleicht hatte er sich ein neues besorgt? Also überprüften wir alle kürzlich gestohlenen Autos, sogar die gestohlenen Fahrräder. Einst wird schnell klar, Q Nennen hat sich schon Tage vor dem Mord an Versace in Miami aufgehalten. Ein Zeuge zum Beispiel hatte ihn in einem Fastfood-Restaurant gesichtet. Q Nennen kam rein und ich erkannte ihn gleich aus dem Fernsehen, aus America's Most Wanted. Er rief sofort die Polizei, doch die verpasste Q Nennen um Haaresbreite. Wären sie nur eine Minute früher da gewesen, könnte Versace heute noch leben. Die Ermittler erfahren nun auch, dass Q Nennen bis vor kurzem in Normandy Plaza Hotel gewohnt hat. Ein stets höflicher und unauffälliger Gast. Auch Vivian Olivia hatte mit ihm vor dem Anschlag auf Versace zu tun. Er kam herein und ich sagte, hier unterschreiben. Olivia arbeitete in einer Pfandleihe namens Cash on the Beach. Am Tag vor dem Mord verpfändete Andrew Q Nennen bei ihr eine Goldmünze. Er war wohl knapp bei Kasse und versetzte eine 50-Dollar-Goldmünze. Dafür bekam er 90 oder 100 Dollar. Er sagte, er würde sie sich innerhalb eines Monats wiederholen. Aber jetzt wolle er nicht mehr. Wie alle Pfandleihe war auch Olivia verpflichtet, die Daten ihrer Kunden an die Polizei weiterzuleiten. Sie faxt ihr also eine Kopie von Q Nennens Pass und seine örtliche Adresse. Und das wirft natürlich einige Fragen auf. Hat die Polizei hier versagt? Nun, für die Überprüfung der Pfandleiher-Daten sind nur einige wenige Beamte abgestellt. Diese Vorgänge rangieren gewöhnlich nicht gerade auf der allerhöchsten Dringlichkeitsstufe. Die Trauerfeier für Gianni Versace findet am 22. Juli im Mailänder Dom statt. Angehörige und Freunde aus aller Welt nehmen von dem Modeschöpfer Abschied. Der Mörder ist am Abend dieses Tages immer noch auf freiem Fuß und könnte jeden Moment wieder zuschlagen. Die Polizei durchkämmt systematisch ganz Miami Beach. Keiner ist mehr sicher. Helfen Sie uns, diesen Kerl einzusperren. Die Sonne lacht über Miami Beach, doch der Schein trügt. Angst liegt über dem Urlaubsparadies, denn Andrew Q Nennen bleibt unauffindbar. Mittlerweile haben seine Jäger auch Q Nennens Vorleben gründlich recherchiert. Er stammt ursprünglich aus San Diego im Süden Kaliforniens, wo man ihn als einen ganz anderen Menschen kannte. Er hatte ein so strahlendes Lächeln. Wir ahmten nichts von der dunklen Seite dahinter. Q Nennen liebte Partys und stand nur zu gern im Mittelpunkt. Sein Image war das seines wohlhabenden jungen Mannes mit intellektuellem Touch. Doch in Wahrheit finanzierte er seinen Lebensstil dadurch, dass er sich von älteren Männern aushalten ließ. Eine von Q Nannens Lieblingsbars in San Diego war das Flix. Mir sagten diverse Leute, man könnte ihm nicht über den Weg trauen, und zwar lange bevor er zum Killer wurde. Auch in San Diego ist man beunruhigt über sein Untertauchen. Er hat in einer Woche drei Morde begangen. Gut möglich, dass er es wieder tut. In San Diego, wo Mr. Q Nennen die längste Zeit gelebt und gewohnt hat, haben unsere dortigen Mitarbeiter zusammen mit der örtlichen Polizei so viele Informationen über ihn und sein Umfeld zusammengetragen, wie nur möglich. Am deutlichsten ist die Spannung im Stadtteil Hillcrest zu spüren, wo die homosexuellen Szene San Diegos zu Hause ist. Plötzlich sind ganze Schwärme von Undercover Cops in Sachen Q Nennen unterwegs, der hier so lange quasi zum Inventar zählte. Nicole Ramirez Murray kannte den jungen Mann und die Kreise, in denen er verkehrte. Er war derart süchtig nach Aufmerksamkeit, dass ich mir durchaus vorstellen kann, wie er sich schon vor einem Mord auf die nächste, noch größere Schlagzeile freute. Die Szene war schon in Aufruhr, weil ja immer die Möglichkeit bestand, dass er hierher zurückkommen würde. Auch die Gay Pride Parade stand an. Er kann sich nur schwer verstecken, vielleicht verändert er sein Aussehen. Seinen Namen hatte Q Nennen schon lange zuvor verändert. Als nach dem Versace-Maut überall die Fahndungsplakate mit seinem Bild hängen, erkennen einige darauf ihren alten Bekannten Andrew de Silva wieder. Der Name Andrew Q Nennen stand unter dem Bild von Andrew de Silva, was uns einen richtigen Schock verpasste. Nun kam also die ganze schreckliche Wahrheit ans Tageslicht. Q Nennen hat Freunden gegenüber häufig mit seinen Kontakten zu hochrangigen und prominenten Persönlichkeiten geprahlt. Das FBI mahnt zu besonderer Vorsicht. Jeder, der ihn kannte, sollte auf der Hut sein. Die Polizei beschreibt Q Nennen als gewalttätig, unberechenbar und sehr gerissen. Ich denke, sämtliche Ermittlungsbehörden stricken an dieser Legende vom Superkiller Q Nennen mit. Als wäre er so eine Art Kreuzung aus Hannibal Lecter und James Bond. Jemand, der sein Aussehen nach Belieben verändern kann. Ein Meister der Tarnung. Die Polizei kommt zu dem Schluss des Q Nennen bereits in San Diego. Drei Monate vor dem Versace-Mord zu einer Art tickenden Zeitbombe geworden war. Zornig, vom Leben enttäuscht, hochexplosiv. Die typischen Faktoren, die eine Person zum Mörder machen, waren gegeben. Emotionaler Stress, traumatische Erfahrungen, das Kartenhaus, das zusammenbricht. Sein Gönner hatte ihn hinausgeworfen. Er stand ohne Geld da. Vor seiner Abreise aus San Diego hatte ihn sein Sugar Daddy verlassen. Er sah nicht mehr so gut aus, ließ sich gehen. Er kam mit dem Zusammenbruch seines Lebens in San Diego nicht zurecht. Er wollte den Lebensstil aufrechterhalten. Mitte April 97 kündigte Q Nennen an, er werde San Diego für immer verlassen. Nigel Mayer erinnert sich noch an die Abschiedsparty und die letzten Worte, die er mit Q Nennen wechselte. Ich sagte zu Andrew, wie zu allen die wegziehen, du kommst schon wieder. Aber er antwortete, glaub mir, du kennst mich nicht. Ich komme nicht zurück. Q Nennen fliegt erster Klasse nach Minneapolis, wo er etwas zu erledigen hat, so seine Worte. Tatsächlich will er dort einen Mann zur Rede stellen, mit dem er einmal eine Affäre hatte und den er nun plötzlich für die Liebe seines Lebens hält. Den erfolgreichen Architekten David Metzen. Sie waren zuerst befreundet, was dann in eine intime Beziehung mündete, die meines Wissens David Metzen schließlich beendete. Q Nennen kam nach Minneapolis, um diese Beziehung zu erneuern. Doch in dieser Stadt lebt nicht nur David Metzen, sondern auch ein weiterer Ex-Freund von Q Nennen, Jeffrey Trail. Jeffrey Trail war ein Absolvent der Akademie der Navy und, soweit ich mich erinnere, Golfkriegsveteran. Trail hatte seinen Abschied vom Militär genommen und arbeitet nun in höherer Position bei einer Propangas-Firma. In seinem und in Metzens Leben läuft es bestens. Sie haben alles, was Q Nennen nicht hat. Diese beiden Männer haben einiges gemeinsam. Sie sind jung, gut aussehend, schwul, haben aber auch Erfolg in der hetero-Welt, vor allem beruflich. Und beide führen ein offenes Leben, anders als Andrew, der ständig etwas verheimlichen muss. Die beiden hatten sich in Minneapolis durch Q Nennen kennengelernt und waren mittlerweile ihrerseits Freunde geworden. Doch keiner der beiden ist so recht erfreut über die Aussicht auf den Besuch des Ex-Liebhabers. Es gibt gute Gründe, warum sie sich von Q Nennen zurückgezogen haben. Metzen brach die Beziehung zu ihm ab, weil er nicht dahinter kam, wie Andrew sich eigentlich finanzierte. Er fand es äußerst seltsam, dass Andrew ihm weder seine Telefonnummer noch seine Adresse in San Diego geben wollte. Von daher bekam David das Gefühl, dass es mit Andrew etwas Merkwürdiges, Zwielichtiges auf sich hatte. Wie die Polizei herausfand, hatte Trail Metzen erzählt, dass Q Nennen Drogen nahm und auch dealte. Beide waren knallhart, was das betrifft, vor allem Trail. Er war strikt gegen Drogen und Alkohol, da war er sehr streng. Auch Freunde von Metzen, die Q Nennen kannten, waren nicht darauf erpicht, ihn wiederzusehen. Einige, die von Andrews Besuch erfahren hatten, fragten, warum lässt du ihn bei dir wohnen, warum triffst du ihn überhaupt? Darauf antwortete Metzen, Andrew hat es gerade sehr schwer und da will ich ihm helfen. Er wird auch nicht das ganze Wochenende bei mir bleiben. Am Freitag, den 25. April, holt Metzen Q Nennen am Flughafen ab. Abends treffen sie sich mit einigen von Davids Freunden im sehr angesagten Café Solo. Schon da macht er offenbar einen sehr unausgeglichenen Eindruck. Er lachte so nervös. Er war nicht er selbst. Vielleicht lag es auch in der großen Gruppe, aber er wirkte sehr unbehaglich, ganz anders als sonst. Metzen und Q Nennen ziehen noch weiter und die drei Frauen verabschieden sich. Sie haben Andrew Q Nennen gerade bei einem seiner letzten Versuche erlebt, seine inneren Dämonen im Zaum zu halten. Der Freitagabend jedoch geht noch friedlich zu Ende. Metzen zeigt sich seinem Ex-Freund gegenüber distanziert, doch er lässt ihn in seinem großzügigen Loft im Zentrum von Minneapolis übernachten. Aber die folgende Nacht verbrachte Andrew in Jeffrey Trails Wohnung, die in einem Vorort namens Bloomington lag. Trail selbst und sein neuer Freund waren verreist. Der Schlüssel für Q Nennen liegt unter dem Fußabstreifer. Am Sonntagmorgen um 10 Uhr nimmt er noch einen Anruf für Trail wegen eines Softball-Spiels entgegen. Er schreibt die Botschaft auf einen Notizblock und unterzeichnet mit Love, Andrew. Q Nennen bedankte sich sogar noch schriftlich bei Trail, dass er Samstagnacht über hatte bleiben dürfen. Trail und sein Freund John Hackett sind erleichtert, als sie bei ihrer Rückkehr Q Nennen nicht mehr antreffen. Zur Feier von Johns 22. Geburtstag weckt Trail einen Kuchen und lädt Freunde ein. Während der kleinen Party stellt er das Telefon auf leise. Deshalb merkte er erst später, dass Q Nennen ihn angerufen und dringend um ein Treffen gebeten hat. Jeffrey erwähnte eher beiläufig, sein alter Freund Andrew wolle ihn sehen. Und offenbar versuchte er sogar, das Treffen vorzuverlegen, um abends ausgehen und den Geburtstag seines Freundes feiern zu können. Um etwa 9 Uhr beschlossen sie, in einen sehr beliebten Club namens The Gay Nineties im Stadtzentrum zu gehen. Und da sagte Trail zu seinem Freund, du, wenn wir schon in der Gegend sind, treffe ich noch schnell Andrew. Er will nur mit mir reden. Das dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Danach komme ich rüber zu dir ins Gay Nineties. Trails Freund und er fuhren mit getrennten Wagen in die Stadt. Das Gay Nineties lag gleich um die Ecke von Madsons Wohnung. Trail hat eingewilligt, Q Nennen beim Madsons Zuhause zu treffen. Was er jedoch nicht weiß. Der Übernachtungsgast hat in der Nacht zuvor aus Trails Wohnung eine halbautomatische Pistole entwendet. Zusammen mit Holster, Kugeln und zwei Magazinen. Trail parkt seinen Wagen gleich bei Madsons Haus. Um 21.45 Uhr läutet er und wird eingelassen. Nach den Erkenntnissen der Polizei griff Q Nennen Trail gleich beim Hereinkommen an. Madsen war gerade dabei, sein Loft zu renovieren, weshalb einiges Werkzeug herumlag. Q Nennen griff sich einen Klauenhammer und schlug damit auf Trail ein. Er traf ihn 27 Mal. Trails Uhr wurde zerschmettert und blieb bei 21.55 Uhr stehen. Er wurde mehrere Male am Kopf getroffen, was für erhebliche Schädelverletzungen sorgte. Die Wohnung war voller Blut. Q Nennen wickelt sein Opfer in einen Orientteppich, zerrt es über den Parkettboden und verstaut es hinter dem Ledersofa. Für die Polizei stellte sich später die große Frage, wo war der Apartmentbesitzer David Madsen, während Jeff Trail dort massakriert wurde. Dieser hatte wie jeden Abend pünktlich eine Viertelstunde vor den 10 Uhr Nachrichten seinen Dalmatiner Prince Gassi geführt. Er musste das Haus unmittelbar vor Trails Ankunft verlassen haben. David Madsen kehrt also zurück und findet den Toten Jeff Trail. Warum er nicht sofort die Polizei rief, ist eines der größeren Rätsel in dieser ganzen Geschichte. Freunde, die beide kannten, nehmen Anders Q Nennen, der sehr überzeugend sein konnte, zu Madsen sagte, Ich musste ihn töten. Es war Selbstverteidigung. Er hat mich angegriffen. Und jetzt stecken wir beide drin. Denn sie werden dich verdächtigen, David. Schließlich ist das deine Wohnung. Am folgenden Morgen, es ist Montag, fallen den Nachbarn einige Merkwürdigkeiten auf. Madsen führt Prince wieder spazieren, aber anders als sonst an der Leine. Und neben ihm geht ein Mann, der an diesem strahlenden Sonnentag einen Regenmantel trägt. Madsen selbst wirkt abgespannt und missgelaunt. In diesen Zeugenberichten wird er sonst offenbar stets wie aus dem Ei gepellte Madsen als leicht zerzaust beschrieben. Im Gegensatz dazu wirkte Q Nennen äußerst ausgeschlafen. Als am nächsten Tag weder Madsen noch Trail ans Telefon gehen oder am Arbeitsplatz auftauchen, machen sich ihre Freunde ernsthaft Sorgen. Es wurde also an zwei Orten hektisch gesucht. In Bloomington und im 35 Kilometer entfernten Minneapolis. Viele Rundrufe, alles forschte nach diesen Männern. Als wir hörten, dass er nicht in der Arbeit aufgetaucht war, fuhren wir sofort zu ihm, weil das so ungewöhnlich war. Wir machten uns große Sorgen, sonst rief er immer an. Sogar aus dem Urlaub. Am Dienstag um 12.15 Uhr kommen Linda und Laura bei Madsons Loft an. Sie klopfen an die Tür und rufen seinen Namen. Sie hören den Hund winseln und flüsternde Stimmen. Sie klopfen und rufen, David, komm raus. Aber dann vermuten sie, dass er mit jemandem im Bett ist. Sie fahren also zurück zur Arbeit. Aber um 13.40 Uhr kommt Linda wieder und hat bereits die Polizei alarmiert. Doch als diese eintrifft und ihr erklärt, dass sie die Tür aufbrechen und Madsons Hund erschießen müsse, falls diese aggressiv wird, überlegt Linda es sich anders. Der Hund war in der Wohnung, als die Polizei von Mr. Madsons Kollegen gerufen wurde. Das ist in der Tat eine sehr schwierige Entscheidung für einen Polizisten. Er darf die Tür nur aufbrechen, wenn die begründete Annahme besteht, dass jemand in der Wohnung dringend Hilfe braucht. Es gibt ein garantiertes Recht auf Privatsphäre, das ein Polizist zu respektieren hat. Und das war dann der Moment, in dem ich sagte, gehen wir nicht da rein. Es geht ihm sicher gut. Anschließend rufen Laura und Linda jedoch Madsons Hausverwalterin an und bitten sie, auf dem Heimweg bei ihm vorbeizuschauen und notfalls mit dem Generalschlüssel aufzusperren. Die Frau tut ihm den Gefallen und macht eine grausige Entdeckung. Einen in einen Teppich gewickelten toten Mann. Sie ruft sofort die Polizei. Diese trifft schnell bei der übel zugerichteten Leiche von Jeff Trail ein, denkt jedoch zunächst, es handele sich um den hier wohnenden David Madsen. Außerdem gelingt es den Ermittlern nicht, auf der Mordwaffe einen brauchbaren Fingerabdruck sicherzustellen. Einen Fingerabdruck von einer Gummioberfläche zu gewinnen, ist schwer. Heute haben wir die nötigen Mittel dazu. Aber damals war es noch um einiges schwieriger. Manchmal bekommt man bestenfalls einen Teilabdruck zustande und der ist in vielen Fällen unbrauchbar. Als Jeff Trails Leiche endlich identifiziert ist, fällt der erste Verdacht prompt auf Madsen. Wir fragten die Polizei dann, und was ist mit Andrew? Darauf sieh, wer ist Andrew? Keiner ahnt, dass Cunanan und Madsen mittlerweile gemeinsam aus der Stadtrichtung Norden geflohen sind, in Madsons rotem Jeep. Das Haarsträubende daran ist, dass, der Theorie der Polizei zufolge, Madsen und Cunanan die ganze Zeit über mit der Leiche von Jeff Trail in Madsons Wohnung waren, den kompletten Montag und auch den Großteil des Dienstags. Der Punkt ist, hätte die Polizei dienstags um 14 Uhr die Tür aufgebrochen, wären die beiden, so wie Madsons Freundinnen sagen, noch da gewesen. Am Samstag, den 3. Mai, suchen zwei Männer am East Rush Lake, nördlich von Minneapolis, nach geeigneten Zeltplätzen für ihren nächsten Angelausflug. Da sehen sie am Ufer eine Leiche liegen. Es ist David Madsen. Er hat drei Schusswunden, eine im rechten Auge, eine in der rechten Wange und eine im Rücken. Ich kam am Sonntag nach Hause und las in der Zeitung die Beschreibung der Leiche am East Rush Lake. Und da sagte ich zu meinem Verlobten, das muss David sein. Das war das Schlimmste. Wir denken, dass er wohl im Auto erschossen und dann erst zum Seeufer geschleppt wurde. Wie so oft bei dieser Art von Serienverbrechen beginnt die Sache auch hier mit einem Selbstmordwunsch. Im Grunde waren Q. Nennons erste beide Morde in Minneapolis ein an anderen verübter Selbstmord. Nun wird auch der Polizei klar, dass Madsen nicht der Mörder von Trail war. Die Fahndung nach Q. Nennen beginnt, doch dieser ist schon längst über alle Berge. In Madsons Jeep fährt er nun Richtung Südosten nach Chicago. Bis jetzt war Andrew Q. Nennen ein Niemand gewesen und hatte sehr darunter gelitten. Dabei war er in der Highschool noch zu dem Schüler gewählt worden, der man am ehesten zutraute, berühmt zu werden. Nun ist er auf dem besten Wege dazu, wenn auch wohl auf andere Weise als seine Mitschüler damals dachten. Auch er selbst sah sich als Thales, jemand, der mit seinem einnehmenden Wesen überall Eindruck machte. Bei seinem ersten Mord allerdings war er als möglicher Täter noch glatt übersehen worden. Sie suchten nach David Madsen, weil er der Verdächtige im Fall Jeff Trail war. Erst als Madsons Leiche gefunden wurde, begann die Fahndung nach Andrew Q. Nennen. Lee und Marilyn Miglin sind ein äußerst wohlhabendes Paar. Seit 37 Jahren verheiratet, gehören die beiden zu den oberen 10.000 von Chicago. Lee ist ein erfolgreicher Bauunternehmer. Marilyn hat eine Kosmetikfirma und ist als Moderatorin des Home Shopping Network im ganzen Land ein Begriff. Sie wohnen an Chicagos nobler Gold Coast und sind auf Du und Du mit dem Bürgermeister und anderen wichtigen Repräsentanten der Stadt. Lee Miglin war so eine Art Donald Trump von Chicago. Ein sehr bekannter Bauunternehmer. Aber noch bekannter war Marilyn Miglin. Ihr Laden liegt in einer der attraktivsten Gegenden der ganzen Stadt. Eine Straße dort trägt sogar ihren Namen. Sie ist sehr berühmt. Am Samstag den 3. Mai ist Marilyn auf Geschäftsreise, aber Lee ist zu Hause. Ein Nachbar beobachtet, dass anders als sonst in der Küche die Jalousien heruntergelassen sind. Bei Marilyns Rückkehr fehlt von ihrem Mann jede Spur. Sie verständigt sofort die Polizei. Was diese findet, übertrifft Marilyns schlimmste Befürchtungen. Meines Wissens fanden sie Miglin nicht gleich. Sein Kopf war mit Kreppband eingewickelt. Er hatte zahlreiche Stichwunden. Später stellte sich noch heraus, dass er mit einer 1,50 Meter langen Gartenschere gefoltert worden war. Der Täter hat einige tausend Dollar, Miglins Goldmünzensammlung und seinen grünen Lexus gestohlen. Eines der brutalsten Verbrechen, das die Polizei von Chicago je erlebt hatte. Er war ein guter Mensch. Das hat er nicht verdient. In ganz Chicago fragt man sich nach dem Motiv für den Mord. Doch dann macht die Polizei einen wichtigen Fund. Drei Tage nach der Tat war einer Polizistin in der Nähe des Miglin Hauses ein roter Jeep aus Minnesota aufgefallen. Wegen diverser Strafzettel an der Windschutzscheibe. Der Eigentümer des Wagens, so findet sie heraus, ist ein Mordopfer namens David Madsen. Als Hauptverdächtiger in diesem Mordfall wird von der Polizei Andrew Cunanan geführt. Da haben die Ermittlungen entscheidend versagt. Sie kamen erst spät am Dienstag auf den Jeep, was sehr unglücklich war. Früher hätten sie damit viel mehr anfangen können. Im Wagen liegen Kleidungsstücke der vorherigen Mordopfer und ein Stadtplan der Gold Coast Gegend. Wir machen eine sehr schwere Zeit durch. Ich bin gerade aus Los Angeles eingetroffen und wir trauen alle um meinen Vater. Während die Spitzen der Gesellschaft von Chicago sich zur Trauerfeier für Lee Miglin versammeln, forschen die Ermittler nach, ob nicht doch ein versteckter Zusammenhang zwischen ihm und seinem Mörder bestehen könnte. Sie mutmaßen Cunanan, könnte ein bekannter seines Sohnes Duke sein. Aber die Familie Miglin bleibt letztendlich dabei, dass keiner von ihnen je mit Cunanan in Kontakt gekommen sei. Der Polizei schwart nun jedenfalls, dass sie es mit einem Täter zu tun hat, der sich auf einem ausgedehnten Amoklauf befindet. Der erste Mord erregte eine ganze Woche lang kein sonderliches Aufsehen. Da hatte Cunanan einfach Glück. Erst als David Madsons Leiche gefunden wurde, merkte die Polizei, dass sie einen Verdächtigen namens Andrew Cunanan hatte und das machte Schlagzeilen. Als dann am Dienstag noch Lee Miglin hinzukam, ging es richtig hoch her. Andrew Cunanan wird nun wegen drei Morden in zwei Staaten gesucht und ist damit endgültig ein Fall für das FBI. Er ist in Miglins Lexus unterwegs und hat einen großen Vorsprung, aber er weiß noch nicht, dass sein Name und sein Bild auf allen Fahndungslisten stehen. Einigermaßen sorglos benutzt er auch Miglins Autotelefon, wodurch ihn das FBI bald orten kann, mithilfe einer Software namens Triggerfish. Das ist der Name einer Technik, die die Ermittlungsbehörden bis heute verwenden. Wenn jemand wie Andrew Cunanan übers Land reist und dabei ein Mobiltelefon benutzt, erfahren wir mit diesem Programm schnell und ziemlich genau, wo er sich in diesem Moment auffällt. Cunanans Signal wird von einem Mobilfunkmasten in Pennsylvania aufgefangen. Offensichtlich bewegt er sich geradewegs auf New York zu, doch danach erfolgen keine weiteren Anrufe. Die Ermittler tappen also wieder im Dunkeln. Im Zuge der Rekonstruktion des Falls wird sich später herausstellen, dass Cunanan tatsächlich in New York einige Tage Pause eingelegt hatte. Mit Miglins Geld ging er sogar seelenruhig shoppen. Dass das FBI die Wege des Mörders über sein Autotelefon verfolgen kann, soll eigentlich geheim bleiben. Aber irgendjemand plaudert und das verpatzt den Ermittlern die Chance, Cunanan am Donnerstag den 8. Mai zu fassen. An diesem Tag melden die Mobilfunküberwacher Cunanans Verfolgern, dass von Miglins Autotelefon aus wieder Anrufe getätigt wurden, in der Gegend um Philadelphia. Leider jedoch können FBI und Polizei diese Information wenig später auch zahlreichen Funk- und Fernsehberichten entnehmen, was vielleicht gar nicht so schlimm wäre, wenn nicht auch Cunanan selbst zu den aufmerksamen Radiohörern zählen würde. Er versucht, die Telefonanlage abzuschalten und die Antenne zu zerstören. Ihm ist aber auch klar, dass er möglichst schnell ein neues Fluchtauto braucht. Leider behinderte dieses Informationsleck innerhalb der Behörden die Ermittlungen erheblich. William Rees liebt seine Arbeit als Wärter des Bürgerkriegsfriedhofs in Penville, New Jersey. Am Freitag, den 9. Mai, hat er einige Büroarbeiten zu erledigen. Was er nicht bemerkt, er ist nicht allein. Andrew Cunanan hatte sich durch einen Seiteneingang hereingeschlichen. Als Rees an jenem Abend nicht nach Hause kommt, ruft seine Frau die Polizei. Diese ist schnell zur Stelle. Und die Medien auch. Die Polizei findet Rees Leiche und auch Lee Miglins grünen Lexus. Nun wird Cunanan also schon in drei US-Bundesstaaten wegen Mordes gesucht. Die Nacht bricht über New Jersey herein. Jetzt ist den Ermittlern endgültig klar, dass Cunanan immer weiter morden wird, wenn sie nicht bald stellen. Das FBI warnt über die versammelten Medien die Bevölkerung. Andrew Cunanan fährt tatsächlich in William Rees rotem Pickup weiter Richtung Süden. Da er weiß, dass nach dem Auto gesucht wird, stiehlt er in South Carolina einen Satz Nummernschilder und schraubt sie an den Wagen. Nun, da ihn die Ermittlungsbehörden kennen, ist er endgültig ein Amokläufer auf der Flucht. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis er der konzertierten Fahndung ins Netz geht. Doch im Juli, zweieinhalb Monate später, ist Cunanan immer noch frei. Und er hat wieder getötet. Wegen seines letzten Opfers, Gianni Versace, ist ganz Florida in Aufruhr. Die Ermittler glauben weiterhin, dass Cunanan sich in South Florida aufhält. Für seine Ergreifung sind 45.000 Dollar ausgesetzt. Fünf Morde hat er begangen, teils impulsiv, teils aus Berechnung. Aber bislang ist ihm die Polizei nie auch nur nahe gekommen. Doch dann, mehr als eine Woche nach dem Versace-Mord, kommt ein Hinweis. Auf dem Weg zu seiner Yacht schlendert ein Mann an der Collins Avenue an einem Kerl vorbei, der ein Buch liest. Sieh an, denkt er sich noch im Weitergehen, das Buch habe ich doch auch gerade gekauft. Er kommt zu seiner Yacht und sie ist restlos ausgeplündert. Ein Buch. Und das Buch ist auch weg. Wir zeigten ihm ein paar Fotos und er deutete auf Cunanan. Am Mittwoch, dem 23. Juli, wird die Polizei zu einem weiteren Einbruch am Hafen gerufen. Diesmal handelt es sich um ein Hausboot. Ich hörte, dass ein möglicher Einbruch mit Schusswechsel gemeldet wurde. Im selben Teil der Collins Avenue. Der Hausmeister dort erklärte, er würde an dem Boot nie das obere Schloss absperren, das klemmte, sondern immer nur das untere. Als er an dem Tag vorbei kam, war statt des unteren das obere Schloss abgesperrt. Denn fand er dann das Wohnzimmer ein wenig verwüstet. Ein Stuhl war umgeworfen worden. Außerdem standen fremde Schuhe da und der Fernseher lief. Als der Hausmeister einen Schuss hört, lässt er seinen Sohn die Polizei holen. Diese sperrt sofort das gegenüberliegende Kanalufer ab, falls Cunanan auf die andere Seite schwimmen und flüchten will. Auch die vielbefahrene Collins Avenue wird abgesperrt. Nur eine halbe Stunde später sind das FBI und ein Sondereinsatzkommando eingetroffen und bereit, Cunanan zu stellen. Es gibt sehr genaue Anweisungen. Wenn Cunanan da drin ist, bringt er ihn mit dem FBI aufs Polizeirevier und verhört ihn. Wenn nicht, müssen Fingerabdrücke genommen werden, um zu beweisen, dass er da war. Aber lange passiert nichts. Die Anspannung wächst. Dann entschieden sie sich dafür, Betäubungsgas hineinzuschießen. Und zwar genug, um die ganze Straße einzuschläfern. Das Sonderkommando ging rein und fand oben jemanden im Bett liegen. Sie meldeten, da liegt wer im Bett, ein Toter. Und um halb vier morgens sahen wir dann auch die Leiche und das Gesicht des Toten. Keine Frage, es war Cunanan. Aber sie wollten ganz sicher gehen und ihn über die Fingerabdrücke identifizieren. Erst am folgenden Tag gibt die Polizei Cunanans Selbstmord bekannt. Heute können alle Bürger im ganzen Land erleichtert aufatmen. Denn der Schrecken, den Andrew Cunanan über uns gebracht hat, ist vorüber. Unsere ersten Ermittlungen haben bereits ergeben, dass der Fingerabdruck des Toten der von Andrew Philip Cunanan ist. Die Polizei von Miami Beach und das FBI haben eine Theorie aufgestellt, warum Cunanan Selbstmord beging. Überall wimmelte es von Polizisten. Das beobachtete er sicher mit dem Fernglas. Außerdem wollte er den FBI-Profilern zufolge als sehr eitler Mensch nicht, dass sein Körper von anderen beschädigt wird. Wir fanden später heraus, dass der Hausmeister eine Pistole dabei hatte. Cunanan war wohl oben im Schlafzimmer und spähte die Treppe hinunter. Da sah er die Pistole und dachte, das ist die Polizei, die dürfen mich nicht kriegen. Und eine Schießerei ist nicht drin, ich habe nur drei Kugeln. Also erschoss er sich. Die Frage nach dem Motiv für seine Morde ist schwerer zu beantworten. Was trieb Andrew Cunanan zu seinem Amoklauf quer über den amerikanischen Kontinent? Darüber lässt sich heute leider nur noch spekulieren. Es hätte mich schon interessiert, wie jemand, der als Person und von seinem Hintergrund her so normal wirkte, zum Serienmörder wird. Ich hätte mich gern mit ihm unterhalten und Zugang zu seinem Denken bekommen. Für die Hinterbliebenen der Opfer konnte Cunanans Selbstmord natürlich kein Trost sein. Aber sie haben dafür gesorgt, dass die Toten nicht vergessen werden. Nach Lee Miglin wurde in Chicago eine Straße benannt. Chicago hat Lee Miglin viel zu verdanken. Er hat unsere Stadt geprägt und sich in den Herzen aller, die ihn kannten, verewigt. Die Familie Madsen hat im Gedenken an David eine Stiftung eingerichtet. Wir haben mit unserem Sohn das wertvollste verloren, was wir je hatten. Unwiederbringlich. Sein Ziel im Leben war es, den Segen, den er durch Gott erfahren hatte, an andere weiterzugeben. Die Familie Trey ließ in Jeffs Namen einen Kinderspielplatz errichten. Zu Ehren von William Rees wird jährlich eine Schlacht des amerikanischen Bürgerkriegs nachgestellt. Und Versace bleibt dank Donatella eine Modemarke von Weltruf.